Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu StarCraft 2. Ja, wir haben hier gerade momentan richtig Stress. Schon wieder die Frau Königin. Ihr Narren. Ihr spielt mit Mächten, die ihr nicht mal ansatzweise begreifen könnt. Ja, ich weiß. Mehr den Fuß. Wie viele haben wir denn? 30 Sekunden noch? Ach du Scheiße. Oh Mann, nein. Ja, vielen Dank auch. Mach dieses Scheiß-Ding hier platt. Ich hasse diese Teile. Mit ihrer behinderten Reichweite. Ja, ich weiß. Das ist kassiert momentan alles ein bisschen. Aber ist doch wahr. Die sind doch alle doof wie ein Stück Brot hier. Noch eine Welle, Zergflieger, Sir. Fick lieber ein Verleichter-Wickel. Meldebereitschaft. So. Ganz kaum noch erwarten. Kommt noch was? Meldebereitschaft. So, was ist da hinten los? Ach so, das ist die Welle der... Unsere BBF sollen hier lieber schön ordentlich reparieren. So. Was ist mit meinen Sannis? Komm. Schon wieder. Ist denn hier gar keiner von den fähigen Leuten da? So. 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 Die Energie des Artefakts hat ihren Höchststand erreicht. Noch ein klein wenig durchhalten. Ja, du bist lustig. Eine große Menge Zergflieger nähert sich Ihnen, Sir. Ich wäre bereit. Jawohl. Oh, schon wieder so ein Vieh. Ich höre, ich höre, ich höre. Ich höre, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre. Mit euch habe ich mich schon lange genug aufgehalten. Zeit zu sterben. Ihr könnt hier etwas Hilfe gebrauchen. Meldebereitschaft. So. Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Meldebereitschaft. Meldebereitschaft. Für diesen Verrat werdet ihr bezahlen. So, Artefaktschutz ist jetzt das Wichtigste. Was war das? Die habe ich jetzt auch gebraucht. Alter Schwede. Oh, sie kleben an mir. Autofakt vorstellig aufgeladen. Jetzt oder nicht, General. Los! Den ganzen Planeten ausradiert. Töten sie ihn also oder nichts auf dem Schwierigkeitsgrad nochmal. 150 Zerg-Einheiten. Jawohl. 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 und своих schwererregله. Dann sind wir richtige, Rainer. Dann werden wiren. Allesほь. Dann bin ich nicht. Üff. Leider. Das ist mega. Ausladen Sie sind nicht. Sarah. Haben Sie das mitgekriegt? Sie haben Ihre Befehle, Mr. Findley. Führen Sie sie aus. Taikas, was hast du getan? Ich hab'n Back mit dem Teufel Jimmy. Sie stirbt, ich komm' frei. Wir alle wählen unseren Weg. Eine Schande. Jim? Alles wird gut. Ich hab' dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war jetzt also StarCraft 2 Wings of Liberty. Wir haben unseren alten Kumpel Tykes getötet und unsere alte Freundin Kerrigan zum Menschen gemacht. Die übrigens ganz dringend einen Friseur übrig nötig hätte. Ja, StarCraft 2, die erste, die erste, falsch gesagt, StarCraft 1, der Remake ist ja leider noch nicht draußen. Deshalb geht es quasi ab dem nächsten Mal weiter mit StarCraft 2 Heart of the Swarm, die Zerg-Kampagne. Und ja, mal gucken, dadurch, dass wir jetzt natürlich Char ausradiert haben und sozusagen den Kopf der Schlange abgetrennt haben, indem wir Kerrigan mitgenommen haben, warten wir einmal ab, was denn uns das nächste Mal passieren mag. Ich lasse das jetzt hier noch ganz gemütlich durchlaufen, sage vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal dann. Macht es gut und Tschüssikowski! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.